Hallo zu den Bundesliga-Wetttipps und willkommen bei Planet D. Diesmal mit dem 25. Spieltag. Fangen wir an mit der Freitagsbegegnung. Dort spielt wie folgt Leverkusen gegen Stuttgart. Dort tippen wir mal auf einen Sieg für Leverkusen. Weiter geht's mit Berlin gegen Schalke. Sieg Schalke. Augsburg gegen Mainz. Sagen wir mal ein Unentschieden. Hoffenheim gegen Hamburg. Sieg Hoffenheim. Bremen gegen München. Klarer Sieg für die Münchner. Frankfurt gegen Paderborn. Sieg Frankfurt. Die wiedererstarkten Dortmunder gegen Köln. Sieg Dortmund. Wolfsburg gegen Freiburg. Tendieren wir auf einen Sieg für Wolfsburg. Und das letzte Sonntagsspiel. Gladbach gegen Hannover. Ein Sieg auf Gladbach. Wie immer diese Angaben ohne Gewehr. Viel Glück beim Tippen. Und hoffen wir mal auf einen super Spieltag. Und viele, viele Tore. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei den Bundesliga-Wetttipps. Powered by Planet D. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.